Aber das ist doch der einzige hier, Sternspitzen. Hm. Muss ich hier jetzt vielleicht abkaufen? Ich weiß es ja gar nicht. Muss ich jetzt abkaufen? Keramik-Topf ist das nicht. So, und ich geh nochmal hoch. Bin mal gespannt, ähm, was sie anzubieten hat hier. Handeln. Merkwürdigerweise. So. Aber ich bin voll. Plaudern. Nee, ich möchte hier mal kurz raus. Ich muss mal hier ein bisschen zeuglos werden. So. Das haben wir auch mehr als genug. Kann auch raus. Das kann auch raus. Okay. Hier, du auch. Dann schiebt man dich mal, dann schiebt man mal alles hier so hoch. Du kannst jetzt auch raus hier. Du auch. Okay. Äh, fucken habe ich mehr als genug. Mann. Mensch, meine Maus immer. Gut. Und fertige Rolle schon wieder. Hier auch. So, manchmal reagiert die Maus nicht. Ich weiß auch nicht warum. Und fertige Rolle. Gut. Dann lass uns das mal hier so machen. Du bist auch einzeln. Deswegen kommst du jetzt mal hier raus. Und jetzt kann ich mal mit dir nochmal quatschen. Aber die hat nirgendwo noch irgendwas verstellt, wa? Nee. Das ist der einzige Labor-Turm. Handeln. Labor-Glas. Halterung. Tafel. Ähm. Alles Möbelstück. Fähigkeit. Kauf ich einmal. Hat es aber nicht gebracht. Das hat es nicht gebracht. Okay. Hat das Ding ja irgendwie den Eingang. Die Frage ist. Geht es hier auch irgendwie rein? In dieses Teil? Nein. Es geht. Ja, es geht rein. Aber hier rein. Ich meine runter. Man muss sich hier alles kaputt machen. Weil viel Auswahl hat die ja nicht. Deswegen. Ich mach jetzt mal hier was kaputt. Und schon weiter. weiter. Und da passiert eigentlich nicht großartig. Ja. Da ist auch nicht drin. Hier auch nicht. Deswegen. Jetzt sind diese Schrifträumbünde drin. Hm. Ja, das bringt nichts. Das bringt absolut nichts. Ähm. Ich finde die richtigen Schrifträumen. Im Labor. Ich bin zu dick fürs Loch. Ich bin einfach viel zu dick. Es sind aber auch keine Schrifträume versteckt. Dann mache ich mal auf die drei. Ich will mal gucken, ob es hier noch weiter nach unten geht. Ähm. Nö. Irgendwelche Schriftrollen. Na, sorry. Aber du lässt mir ja keine andere Wahl. Du rückst dann nicht raus. Hm. Ach. Mensch. Mensch. Das ist doof. Das ist wirklich doof. So. Raus mit dem Müll. Müll. Braucht keiner. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Und das ja auch nicht. Ne, habe ich nicht. Okay. Laborglas brauche ich auch nicht. Die Kerzen brauche ich auch nicht. Dann haben wir jetzt hier gezeigt, dass sie nicht ist. Labornotiz. Hm. Dann nehme ich mal die acht wieder. Muss ich die Notizen hier abhauen. Zum Beispiel hier. Hm. Labornotiz. Labornotiz. Jetzt auch noch. Wahrscheinlich. Ne. Hier ist keine Notiz mehr. Aber hier sind noch Notizen. Hier sind auch welche. Aber das sind sie nicht. Ich habe jetzt nur einiges versucht hier. Aber ich bin immer noch nicht zu einer Lösung gekommen. Mensch. Mensch. Ist doof. Das Buch ist genau so doof. Ne. Schriftrolle. Aber die hat ja selber keine Schriftrollen da. Also. Ist das ein bisschen. Bescheuert. Ja. Der wo wir waren. Das ist ja hier. Oder. Was ganz anderes. Aber hat. Ich muss mal gucken. Wir hängen uns die ganze Zeit hier auf. Ich kann ja mal gucken. Ob es hier nicht irgendwie runter geht. Ne. Es geht hier nicht runter. Da. Ähm. Ob nicht vielleicht in irgendeiner der Säule in so einer Art Durchgang nach unten ist. Aber. Hier ist auch keiner. Hier ist absolut gar nichts. Das ist wirklich sehr irritierend. Also. Ich habe jetzt mal was gemacht. Was ich überhaupt ganz selten mache. Ich habe mich aber mal bei YouTube jetzt gespoilert. Klimmertal. Wo ist Klimmertal? Da. Klimmertal. Ich glaube ich habe jetzt endgültig mal die Lösung. Oh. Ehrlich. Ich bin dein Vater. Ich la-la-la-la-la-love, أو. Angela-la-la-love, love you. Ja, ich bin dein Vater.